Bist du aus finanziellen Gründen nicht mehr in Mexiko? Deine Vlogs waren immer interessant, vor allem aus Deutschland sowas zu sehen. Und wenn ich jetzt nur nach meinen Gefühlen gehen würde, ich war schon auf Google wieder und hab geguckt nach Flügen. Und wenn ich nur nach meinem Gefühl gehen würde, dann würde ich jetzt auch schon wieder, wäre ich schon wieder weg, dann würde ich nächste Woche einfach abhauen. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Kuder mit ner Bildscher, Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Leon, was nimmst du für Nahrungsergänzungsmittel bei veganer Ernährung? Checkt auf jeden Fall das Video ab, was ich gerade auf dem zweiten Kanal hochgeladen habe. Jemmo, wenn du so lieb bist, dann hau doch einfach mal einmal den Link rein von meinem zweiten Kanal. Da habe ich heute ein Video hochgeladen, welche Supplements ich zu mir nehme, warum ich die zu mir nehme und welche Supplements ich vor allen Dingen für Muskelaufbau am wichtigsten finde. Ja, das könnt ihr abchecken, meine lieben Freunde. Janu Jan sagt, bist du aus finanziellen Gründen nicht mehr in Mexiko? Deine Vlogs waren immer interessant, vor allem aus Deutschland sowas zu sehen. Bruder, es hat mehrere Gründe, warum ich wieder back in Deutschland bin. Finanziell, also ich bin jetzt nicht deswegen zurückgekommen, aber es hat schon mit reingespielt bei der Entscheidung dann, weißt du. Was ihr aber sehen müsst, und das ist wichtig, weil das, sonst kriege ich die Fragen noch tausendmal gestellt, was ihr sehen müsst bei mir ist, dass ich nie weiß, wie lange ich wo bleibe, weißt du. Ich habe mir nie gesagt, ich bleibe jetzt für immer in Deutschland, wenn ich dahin zurückgehe. So, es hat Gründe gehabt, warum ich nach Deutschland gekommen bin und ich werde auch wahrscheinlich eine Zeit lang hier bleiben, aber wie lange, das steht noch in den Sternen. Das hängt alles irgendwie auch mit dazu, also mit zusammen, was hier passiert und was hier abgeht. Das ist auf jeden Fall auch ein Grund. Aber, Bro, wenn ich, ganz ehrlich, vor zwei Tagen, ich bin ja angekommen in Deutschland, ich bin ja angekommen in Deutschland und zwei Tage später ist 2G in Hannover eingeführt worden. So, ne. Digga, das war schon so richtig krass, Schlag in die Fresse und so. Ich habe gesagt, okay, scheiß drauf, habe weitergemacht, so durchgezogen. Jetzt bin ich hier gerade so und dann war ich halt hier und dann habe ich halt wieder gemerkt, wie diese Energie hier und dieses Mindset von den Deutschen und wie die Einstellung ist, weil ich habe dann auch natürlich Streitereien mitbekommen, wo Leute, andere Leute fertig gemacht haben, weil die keine Maske tragen oder gefragt haben, bist du geimpft oder nicht geimpft? Und dann habe ich an einem Tag auch Nachrichten geschaut mit meinem Opa zusammen, beziehungsweise wir haben einen Fernsehensender gesucht, wo es nicht um das Thema gerade geht, was wir einfach nur gucken können. und das hat mich dann auch wieder so, weißt du, wie ich meine, Digga, ich bin dann so, ich sitze dann hier so und denke mir so, Bruder, was hast du gemacht, Alter? Weißt du? So, und wenn ich jetzt nur nach meinen Gefühlen gehen würde, ich war schon auf Google wieder und habe geguckt nach Flügen. So. So, ähm, und wenn ich nur nach meinem Gefühl gehen würde, dann würde ich jetzt auch schon wieder, wäre ich schon wieder weg, Digga, würde ich nächste Woche einfach, einfach abhauen. Aber, ja, es gibt halt noch ein paar andere Gründe, warum ich hierher gekommen bin und deswegen bleibe ich auch erstmal hier, ähm, und muss da halt jetzt auch durch wieder, so. Ich bin da schon mal durchgegangen, im letzten Winter, bevor ich nach Mexiko gegangen bin, bin ich durch den ganzen Scheiß schon mal durchgegangen, mit Lockdown, mit Einsperren, mit nicht mehr trainieren dürfen. Jetzt ist nochmal eine Schippe draufgelegt worden, mit, du darfst nicht auch nicht mehr ins Restaurant, du darfst gar nichts mehr machen und vor allen Dingen, das wird so, du wirst gespaltet, so. Es gibt die eine Seite und es gibt die andere Seite. Die Seite ist böse, weil die wollen sich nicht impfen lassen und die Seite ist gut, weil die haben sich impfen lassen dreimal, so. Und diesen Kampf, den gab es vorher nicht, bevor ich abgehauen bin, weißt du? Den gab es einfach nicht. Und ich habe davon gehört, dass es so ist, weißt du, meine Mutter hat mich auch ein bisschen versucht, darauf vorzubereiten und andere Leute in Deutschland haben auch irgendwie gesagt, so, ey, bro, komm mal so und so und so. So, aber das richtig zu realisieren, da musst du in dem Land sein. Und das habe ich halt jetzt erst hier richtig realisiert, was hier gerade abgeht. Und es wird ja auch gerade, seitdem ich da bin, jeden Tag quasi schlimmer, so. Digga, da muss ich halt einfach, da muss, guck mal, ich will auch den Leuten, die gerade auch in einer ähnlichen Situation sind, vielleicht nicht so gerade aus Mexiko wiedergekommen, zehn Monate Paradies und dann wieder her, so. Aber ich will den Leuten auch Kraft geben, die hier die ganze Zeit verharren müssen, die hier die ganze Zeit am Start sind, die sich kacke fühlen, so. Die keine richtige Stimme haben, weil die keine Reichweite haben, weil die kein großes Gehör haben, so, weißt du, keine große Community oder irgendwas haben, sondern einfach normale Menschen sind, die sich jeden Tag bei der Arbeit oder in der Schule anhören müssen, dass sie schlechte Menschen sind, weil sie sich nicht impfen lassen und so. Den Leuten will ich auch zeigen, Digga, es geht. Weißt du, wie ich meine? Ich bin jetzt hierher gekommen nach der ganzen Mexiko-Zeit und ich werde hier auch überleben und ich werde mein Ding machen und ihr könnt es auch. Lasst euch einfach nicht unterkriegen. Ich bin für euch auch da, Alter, wenn ihr irgendwas braucht oder so. Ich werde auch immer ehrlich sein mit euch. Ich werde euch nicht anlügen. Ich werde euch meine Meinung sagen. Keine Ahnung, vielleicht hilft es dem einen oder anderen zu wissen, dass es einfach auch Menschen gibt, die ähnlich denken wie du und ihr Leben trotzdem durchziehen und auch hier in Deutschland Dinge durchziehen und Sachen machen und dadurch halt ein bisschen Motivation geben. Oh shit, man. Justine ist auch am Start, oder was? Justine is in, Alter. Wieder auf YouTube, sagt die. Ja, ja. Tufan, Digga. Geil, Digga. Tufan sagt, sie ist positiv. Du bist den Action-Jackson-Typen los, Digga. Ja, den haben wir los. Hab keinen Twitch, sagt Maha. Ja, ne? Aber was ihr auf jeden Fall machen solltet, Gemmo, wenn du so lieb bist, kannst du vielleicht mal den Link von meinem Twitch-Kanal hier mal reinhauen in den Chat. Folgt mir auf jeden Fall schon mal auf Twitch. Das ist auch kein großer Act. Ihr müsst einfach nur fucking eine App runterladen, euch kurz anmelden und dann könnt ihr auch da am Start sein. Also ihr müsst da nichts bezahlen und so. Weißt du? Ihr müsst euch das einfach nur wie die YouTube-App runterladen und dann könnt ihr den Streamer verfolgen. Würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Weil es kann sein, also ich werde da auf jeden Fall regelmäßig streamen. So, ich werde gucken, dass ich vielleicht hier auch ab und zu live komme. Aber Twitch ist so das Stream-Ding gerade. Lebst du in einer Waldhütte? Auf Insta sieht es so aus. Jawohl, Bruder. Kadur, ich bin gerade in einer Waldhütte. Am Arsch der Welt, Digga. Abgeschnitten von der Gesellschaft. Vielleicht sogar besser so gerade. Bruder Karaman Marash. Karaman Marash. Aha. Bruder, deine Energie fürs Leben motiviert mich so heftig, weil jeder hat Up and Downs. Aber aufstehen zu können ist die Sache. Du packst alles, was du willst, Bro. Ich küsse dein Herz, Bruder. Du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Jeder hat Up and Downs. Egal, wie es nach außen aussieht. Jeder hat seine Up and Downs. Wichtig ist es, immer wieder aufzustehen. Sich nicht unterkriegen zu lassen von den Downs. Nicht zu resignieren und zu sagen so, nein, ich gebe mich dem jetzt hin. Weißt du? Nicht dem Scheiß hingeben. Nicht dem hingeben. Verbanne es aus deinem Kopf raus. Denk positiv. Denk an die Zukunft. Denk an die Sachen, die du gerade hast. Denk an die Sachen, für die du dankbar bist. Denk an deine Familie. Sowas holt dich meistens raus aus dem Shit. Gib dich bitte nicht den Leuten. Also gib dich diesen negativen Gedanken. Gib dich denen nicht hin. Das ist das Allerwichtigste. Ich gönn Leon alles. Hab viele Comments Café-Folgen geguckt. Und er hatte immer sein Herz auf der Zunge. Lass dich von Marvin nicht runterziehen. Ach, Marvin, Bruder. Bruder, wir haben ganz andere Probleme, Alter. Bro. Marvin out, man. Bruder, ich will mich mit Leuten unterhalten, die real sind. Weißt du, wie ich meine? Und ich will über Leute reden, die real sind, Bruder. Wo ich das Gefühl habe, die sind echt. Und nicht Leute, die sich im Twitch-Zimmer aufbauen und im Real Life ganz anders sind und so. Bruder, weggeschmissen mit diesen Leuten. Digga, scheiß drauf. Die erinnern mich einfach immer nur wieder dran, dass ich nicht so sein will. Weißt du? Die erinnern mich einfach nur dran, was der richtige Weg ist, Bruder. Da ist das. Nicht mehr und nicht weniger. Meliodas sagt Justine, Traumfrau. Walla. Justine, du hast deine Verehrer in meiner Community auf jeden Fall am Start. Mach was draus. Shit. Oh shit, Dunja, was geht? Alles klar? Ich war mir noch an, was irz. Ah, ich war meine Menschen. Alles klar. Non.